Stetige Kontrolle des Warenbestandes ist ein wichtiges Thema. So viele verschiedene Flaschen mit variierenden Füllständen müssen bewertet werden. Um Verluste zu vermeiden, bevor sie entstehen, verlassen Sie sich auf den Control Master. Jede Flasche wird mit einem kodierten Ausgießer bestückt. Je nach Modell stehen Ihnen bis zu 128 Artikelgruppen zur Verfügung. Um Überdruck in der Flasche zu vermeiden, benutzen Sie eine PVC-Schnur. Die so vorbereiteten Flaschen werden mit einem handelsüblichen Heißluftfön versiegelt. Ein unbemerktes Entfernen der Ausgießer im laufenden Betrieb ist nicht mehr möglich. Sichern Sie Ihren Flaschenbestand in nur wenigen Minuten. Da kommt nichts mehr raus. Nehmen Sie mit dem auf der Flasche sitzenden Gießer den Aktivationsring aus der Haltegabel. Die Dosierung wird durch das Kippen der Flasche ausgelöst. Alle Getränke werden schnell und genau dosiert und zuverlässig gezählt. Cocktails, Longdrinks, Doppelte, Spritzer. Mit vier verschiedenen Portionsgrößen pro Getränk sind alle Varianten möglich. Mit dem Master-Schlüssel hat der Chef Zugriff auf alle Einstellungen. Die Portionsgrößen legen Sie fest. Ist die Zeit einmal gespeichert, wird anschließend immer genau nach Ihren Vorstellungen gearbeitet. Control Master beugt Warenverlust vor und realisiert Ihren kalkulierten Gewinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017